Ich habe was zu erzählen. Ich heiße Alexander Kutnewitsch. Ich bin schon fast 22 Jahre in Berlin und arbeite bei einer Gartenlandschaftsbaufirma. Und in meiner Freizeit spiele ich Klavier und spiele Jazz. Unser Häppling, das ist der Pianist Alexander, der hat er verdient. Der wird jetzt mit dem letzten Titel noch ein bisschen gefeatured und wird sich da selbst ein bisschen hochjubeln. Und das sei ihm gegönnt. Er sagte nur Boogie Woogie. Musik 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 Swingtime, Jazz Trio, Class One, heute hier im Rosengarten. Alexander Kutnewitsch, der Spielschussrektor, Werner Schiller am Kontrabass, Dino einer Gitarre, ich bin ja Papa Henschel. Ja, was soll man dazu sagen? Es gibt ein Dankeschön vom Fabric-Verein. Ich danke dem Jazz Trio sehr herzlich für den schönen Nachmittag. Und für die nächste Pause haben Sie dann auch was zu trinken, was Sie erst vielleicht zu finden hatten. Dankeschön. Vielen Dank und nochmal einen ganz großen Applaus für diese schöne Damen und Herren. Vielen Dank.